Ja, ich muss mal wieder den Kühlschrank aufräumen. Nicole sagt immer, ich mach den Kühlschrank so strubbelig. Aber ich hab jetzt eine Idee, damit Frau Rottenmeier, die mich nix mehr zu meckern hat, so, da haben wir auch Frühstückssachen drin. Ach, das ist ja nice. Ja, das ist doch schick. Geil. Ach, jetzt verstehe ich das erst mal richtig. Und dann passt das noch daneben. Okay. Ich hab gedacht, okay, wie stapelst du das? Können wir das rausschneiden, wenn ich so blöd bin und das nicht von Anfang an verstanden habe, bitte? Aber das ist ja schick. Nee, ich weiß nicht, wo der zweite ist. Keine Ahnung. Du hast hier dein Frühstückszeug drin. Nimmst was raus. Brauchst gar nicht mehr viel machen. Ja, komm, das ist schon Porno. Alles meins.